Hallo, grüß euch. Ich bin Michael Alois Wagner und ich treffe heute eine klare Aussage. Gib auch du eine klare Aussage. Triff eine Entscheidung und habe den Mut, sie auch wirklich authentisch zu leben. Lebe deine Persönlichkeit, lebe deine Werte und lebe dich selbst. Stärke deinen Geist, fühle deine Seele, stehle deinen Körper. Die drei schmieden deinen Charakter. Mein Team ist für dich da. Dein Ziel, mein Team, ist unser Erfolg. Mario ist dein Experte für Fitness. Evelyn ist dein Experte für geistige Mittel. Und eine profundeste Kennerin von unserem Circle of Life Milan. Was haben wir? Was haben wir? Unser Gesundheitscirkel Milan, einfach, sicher und sehr effektiv. Hauptfitt in 30 Minuten. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich. Melaniser, speichere deine Daten, Vermessung, Gesundheitscirkel, optimales Training, Ganzkörpertraining für dich. Ich heiße dich jetzt schon herzlich willkommen in unserer Coulant-Spritt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wie möchtest du dich bei uns melden? Per Messenger, Facebook, E-Mail oder telefonisch? Oder du besuchst uns persönlich bei uns im Institut. Ich freue mich auf dich. Coulant-Spritt lebt eine neue Arbeitskultur. Wir leben ein Neujahr. Auch wenn wir schlösen sollen sie. Begeistert. Deine Erwartung. Unsere Herausforderung. Deine Erwartung. Deine Erwartung.